Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. DAX-Rekordhoch lockt erneut. Marktbericht. Der DAX erreicht einen neuen Rekordstand. Anleger werden angelockt. Der Deutsche Aktienindex, DAX, hat kürzlich ein neues Rekordhoch erreicht, was eine Welle von Investoren angelockt hat, die von der Kombination aus attraktiven Renditen und einer stabilen deutschen Wirtschaft angezogen werden. Laut Informationen von Finanzexperten und Wirtschaftsanalysten hat der DAX neue Höhenflüge erreicht, die hauptsächlich auf die positive Performance mehrerer deutscher Unternehmen und die allgemeine Verbesserung des nationalen Wirtschaftsklimas zurückzuführen sind. Diese bemerkenswerte Entwicklung hat das Vertrauen der Anleger gestärkt und sie ermutigt, ihre Investitionen auf dem deutschen Aktienmarkt zu erhöhen oder zu diversifizieren. Während des letzten Quartals verzeichnete der DAX einen beispiellosen Anstieg und durchbrach mehrfach seine früheren Höchstwerte. Dieses Phänomen hat viele Anleger dazu veranlasst, ihre vorhandenen Portfolios zu überprüfen, Aktien von DAX-Unternehmen zu erwerben oder bereits bestehende Positionen aufzustocken. Dieser aktuelle Trend dürfte sowohl für Deutsche als auch für internationale Anleger große Chancen bieten. Der DAX, der die 30 wichtigsten deutschen Unternehmen umfasst, ist sowohl ein Barometer für den Zustand der deutschen Wirtschaft als auch ein Indikator für die globalen Wirtschaftsaussichten. Allerdings warnen einige Marktbeobachter vor möglichem Overtrading und mahnen zur Vorsicht. Während die überwältigende Performance des DAX sicherlich verlockend ist, ist es immer wichtig, eine diversifizierte Anlagestrategie zu verfolgen und nur mit Geld zu investieren, dessen Verlust man sich leisten kann. Trotz dieser Warnungen bleibt die allgemeine Stimmung auf dem Aktienmarkt positiv, da viele weiterhin das Potenzial des DAX zur Erzielung hoher Renditen sehen. Der DAX hat in der Vergangenheit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich von Rückschlägen zu erholen und seine Investoren zu belohnen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, solange die deutschen Unternehmen starke Geschäftsergebnisse liefern und die allgemeine wirtschaftliche Stabilität aufrechterhalten wird. Danke fürs Zuhören! Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.